Gucken wir dann jetzt rein ohne Paket. Ganz einfach. Vielleicht brauchst du das Walkie-Talkie. Wie haben wir das jetzt gemacht? Welch Mann? Ich bin nicht irgendwie doof. Nee. Guck mal wie intelligent wir sind. Jetzt guck mal wie schlau wir sind. So smart. Hier ist ihr Fluglotse. Sie können landen. Da ist das Walkie-Talkie. Deswegen ist er umgefallen. Ich meine, wenn wir jetzt Tomaten, da haben wir einen Wassereimer da oben. Wenn wir den Wassereimer am Waschbecken füllen, einer den Mann hier unten hinlockt. Koordination. Da müssen wir ja erst Terror machen mit den Tomaten. Der gute alte Tomatenterror. Ah, du willst den Tomatenkrieg von 1998 wieder nachführen? Das ist nicht so extrem, aber ja. Er denkt auf jeden Fall an Tomaten. Ich kann ihn verstehen. Oh, nee, 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 nee. Sortierte die jetzt. Nach was sortiert er sie? Nach Farbe. That's smart. Hä? Vielleicht muss einer der Dinger voll werden? Müssen wir mehr Tomaten bringen? Mehr Tomaten. Mehr Tomaten. Ich bin eine Gans. Ich bin auch eine Gans. Da bin ich ganz bei dir. So, jetzt müssen wir warten. Tomaten. Ich denke an Tomaten. Sehr gut. Jetzt geht unser Plan auf. Hat er die Tomate gerade weggetreten? Ja. Dann hat er die erste geputzt. Jetzt sind wir die auf und putzt die. Das wird das wenigste, was er machen kann. Vor sie erst getreten hat. Das wird jetzt ewig dauern. Das wird einen Moment dauern, ja. Er hat die Tomate da oben fallen lassen. Was ist denn da? Was ist denn ein Arschloch? Wie lange braucht er denn da die Treppe hochzulaufen? Ich weiß es nicht. Was macht er? Da haben wir anders eine Tomate geholt. Nein. Sei doch nicht so aggressiv auf uns. Wir haben da doch noch gar nichts getan. Wir planen. Wir plotten. Tomate? Tomate? Egal. Wir können das Ding ja gerne voll machen jetzt. Das stimmt. Aber eine brauchen wir ja. Aber man muss das Ding ja... zu triggern, ja. Ich glaube, du musst dichter ran. Tomate? Wenn er da mal jetzt zu dem... Er läuft da mal zum anderen Karton. Das ist ein Arschloch. Was ist denn dein Problem? Ich weiß es nicht. Das ist nicht die Lösung? Scheiße. Alter, Scheiß für nichts. Kommt ihr bei dir klar? Ja. Haha. Warst du nicht lachen. Er hat sich auf die Tomaten gesetzt. Ich habe ein Achievement bekommen. Ich auch. Die Bar. Gott, siehst du scheiße aus. So kommen wir ins nächste Level. Gott, bist du dreckig. Ja, denk doch weiter an Tomat. Ja, das riecht auch gerade alles danach, ne? Also... Wo kommen sie denn jetzt her? Also sie suchen... Ich meine... Wir wollen doch jetzt einfach nur gehen. Ich meine... Hm... Und sie ist nicht toll genug. Die müssen wir jetzt eigentlich nur in unseren Hort bringen, dann sind wir durch, oder? Ich weiß nicht, ich habe am meisten Angst, jetzt durch die Bar zu marschieren mit dem Scheiß. Geh ich vor. Oh, ich kann ja nicht sprinten, ohne dass ich damit einen Höllenlärm mache. Ne? No, 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 no. Gib, 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 gib mir das zurück. Ah! Okay, 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 ruhig chill. Nicht er, nicht er. Ne, ne, ne. Das ist ein Tomatenmarsch. Tomatenmarsch. Das kommt wie mit Tomatenmark. Warte, ich glaube nicht. Okay, du gehst rechts rum und sorgst für ein bisschen Verwirrung und ich laufe links rum. Verwirren kann ich gut. Sie hat mich gespottet. Es gibt was viel Lauteres als dich hier. Mach das kaputt, mach das kaputt. schon wieder geklingelt. Patsch, patsch, papp, papp, papp. Hat er das hier jetzt richtig zugenagelt? Ja. Was machen wir denn jetzt? Fickzeit. Au! Au! Du musst mich blocken. Du musst mich party blocken. Nein! Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Wir sind dann durchs Wasser schwimmen und wir sind dann zurück nach Hause. Um zu hiebern. Yay! Wo waren uns war das hier? Was war das hier? Das sind die Angerköte. Nee, das war das nicht. Hm. Das war hier unten. Ja. Hier? Oh. Fuck off. Fuck off. Ja, ja. Phantose. Fahrrad. Fahrrad. Da muss ich sagen, dass man zu Hause ist, ne? Oli, wir sind da. Wir sind wieder zurück. Oh. Wir haben das unbenannte Gansspiel besiegt. Wir haben ganz schön viele Glocken. Es mussten halt ne Menge Leute sehr, sehr viel leiden. Also das war, das war doch mal ein Erlebnis. Das Gansspiel jetzt. Also. Also.